Ich würde gerne einfach, dass Herr Thaddeus dann, das ist vielleicht eine Aufgabe, Herr Thaddeus soll das erkennen, oder? Wie finden Sie das? Finden Sie das fair? Ich finde es fair. Ich habe Angst, aber ich finde es fair. Das war nicht so kompliziert, ich danke Ihnen dafür. Es war direkt zwölf Madeleine. Ich habe nämlich, es hat natürlich Pausen, oder ich habe natürlich keine Pause gemacht, damit Sie den Namen vielleicht nicht so schnell erkennen, aber Sie sind ganz schön gewiegt. Das war nicht so kompliziert, aber Sie sind ganz schön gewiegt.